Hey du, schön, dass du dabei bist. Ich bin Lasse, wir sind zurück bei Pokémon Purpur. Wir haben uns letztes Mal komplett verlaufen und fahren jetzt hier wieder den Berg hoch. Haben wir den überhaupt schon mal gefangen? Makuhita-Schweißer. Und dahinten geht's den Berg hoch. Hey. Bei dem waren wir schon mal oder? Los, mach den Blip fertig. Zwei. Drei. Drei Mal getroffen. Die Blip setzt den Donnerstag ab. Das hat keine Wirkung. Da hast du nicht mit gerechnet, Neulein-Blip. Da nehmen den Superball, wenn der andere gehen möchte. Bababam. 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 Da guckt der Esel. Der Esel, hä? Was macht der da? Ne, Blip kriegt keinen Spitznamen. Blip hat keinen Spitznamen verdient. Hallo. Ich will auf den Gipfel, aber ich schaffe es nicht einmal in die Nähe. Akademie-Schule Hector vor der hier raus. Ist auch ein Schüler. Ein Schüler mit seinem Bärtschen. Oh. Tanz ab. Hier nehmen wir Tanz ab. Obwohl einer schon Tanzer heißt. Käferbiss. Das ist nicht sehr effektiv. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hör mit dem Schutzschild auf. Das ist doch eine Nerven mit dem Schutzschild. Bapapapapadabitibibibibibibida. Tanz da, wo du siehst. Und wie ist es mitkrieg? So, mitkrieg. Krokel raus. Krokel. Los, krokel. Schau an, wie der Schatten immer weiter wandert. Und jetzt machen wir eine Erschärmung. Das ist sehr effektiv. Mitkrieg wurde besiegt. Du hast ja noch mehr Schwung als die rollenden Felsbrocken. Hi. Haben wir hier schon den kleinen? Den haben wir doch gar nicht. Den haben wir doch gar nicht. Eins. Zwei. Dreimal. Viermal. Jetzt wird's knapp. Jetzt war auf, bitte. No! Einfach weitergemacht. Dann war's das mit Kamerabs. Fünfmal getroffen. Kamerabs gebliebt. Aber ihr liebt doch eben noch ein zweiter Kamerabs. Erstmal die Enthorn hier. Hey, Enthorn. Oh, da sind wir aber ganz schön im Boden. Das war auch zu hart. Das war auch zu hart. Kihi, TMs sind super. Mit Hilfe von TMs habe ich meinen Pokémon alle möglichen starken Attacken beigebracht. Modell Evangelina. Häufig raus. Ragoons. Ragoons. Ragoons ist auch ganz schön hässliches Pokémon. Machen wir den Armstoß. Nochmal. Zwei. Jetzt natürlich nur zweimal. Wenn du mehr machen könntest. Rage. Amt für Quizzle. Yeah! Rage. Luxio. Der muss auch mal kämpfen. Der muss auch mal hier sein Soll verführen. Los, Stängelte. Das ist nicht gut, dass er den Feuerzahn dabei hat. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir den schnell wieder weg. Schnell wieder weg. Los, Grokel. Mach dein Ding. Das ist nicht sehr effektiv. Ein Erscher hilft immer. Kugelsaat. Kugelsaat. Nehmen wir mit. Eins, zwei und schwupp. Stängelte Blattwerk vergessen. Kugelsaat anerlernen. Evangelina wurde besiegt. Ich muss noch stärkere TMs herstellen. Guck mal, da sitzt jemand. Eine Gierspenzmünste. Wab-lut. Weg-gewab-lut. Wab-lut. Das war's für heute. So, das war nicht geschafft. Nein, haben wir nicht geschafft. Hey! Wofels, goodbye! Ein Superball. Einen Superball nehmen wir auch mit. Ein Geschenk im Superball sagt man nicht nein. Der Rückenwind. Superball. Boden. Nehmen wir Antibird. Und alleine schaffen wir das auch. Das schaffen wir auch allein. Mit Computer. Natürlich. Nicht ganz, 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 ganz allein, sondern mit Computer. Der Computer steht mir nämlich bei. Mir und Antibird. Los, Lolle! Tja! 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 Los, Antibird. Mach die Aquaknarre. Das ist sehr effektiv. Hau rein, Leute! Hau rein, Leute! Reingehauen! Flabebe! Oh, nein! Ich bin Flabebe! So heiße mich prüziecht! Bitte fang mich jetzt, Laufel! Okay, Flabebe, ich fang dich! Glückwunsch! Nooo... Thank you! Du hast Flappier weggefahren. Flabebe, das Einblütler-Pokémon. Dieses Flabebe umklammert eine rote Blume. Sofort nach der Geburt fliegt Flabebe umher, um eine Blume zu finden, die ihm zusagt. Nö. Flabebe braucht kein Spitznummer. Flabebe. Da kommt ein Blume. Oh, jetzt haben wir die komischen Wege genommen. Hallo, sollen wir eins haben zu sein? Danke. Oh, die Batterie, lass uns jetzt nach. Lass uns plaudern. Der Kontakt mit den Eimhörnchen ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Pekka Luron fordelt dich hier raus. Mit Evoli aus Pamambo. Einfach mal Funken spuren. Das war mal ein reger Austausch. Das ist doch ein Flapbebe. Das Flapbebe fangen wir auch ein. Flapbebe, 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 Flapbebe. Hey Flapbebe. Auch mein Rutes von der Baby. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Flapbebe, Flapbebe. Das Flabebel möchte auch von mir gefangen werden. Nicht wahr? Nicht wahr? Alle Flabebels wollen zu mir. Klasse, ist kompatibel mit allen Flabebels. Ba-ba-da-bam! So, wir haben schon gekämpft. Ein Luxusball. Mankey! Dum-dum-dum! So, mit Krieg. Mit Krieg wurde besiegt. Jetzt hat der eine Münze. Ich suche ein kleines Buch, wo der eine Münze mit sich trägt. Du meinst Gerspenst. Akademie-schöne-Wiki fordert hier raus. Der die Ursa. Mach mal Armstoß. Oh nein! Der die Ursa. Mach die coole Augen! Und da kann man nichts mehr so dorthauen. Aber ein paar Mammo kennen keine Rücksicht. Pamamo! Der hat mal getroffen. Der... ...Furgita! Wer ist denn Furgita? Das Furgita! Mal mit den Funkersprungen. Mal mit den Funkersprungen. Mal mit den Funkersprungen. Tut mir leid, Vicky. Vielleicht musst du nicht im hohen Gras suchen, so woanders. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast in der Westinzone 10 gegen 10 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga diesen fantastischen Preis. Naturalschmuck. Gibt man dieses ganze Item einem Pokémon zu tragen, können dessen Statuswerte nicht durch Attacken oder Fähigkeiten an Pokémon gesenkt werden. Wir veranstalten diese Station auch in anderen Gebieten. Also schau auch gerne dort vorbei. Dankschön! Guten Tag, willkommen im Pokeprozentrum. Soll ich dich fit machen? Ja bitte! Okay, dann nehme ich dein Pokémon für einen kurzen Moment in meinen Obhut. Du, 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 du. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon ist wieder topfit. Bitte behehre uns bald wieder. Und ich hoffe, du behehrst mich auch bald wieder mit dem nächsten Mal, wenn du zuschaust und so. Ich sag dir vielen Dank, dass du bald warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Purpur. Bis dann, tschüss!